Oh, das war Dursden, ey. Ja, herzlich willkommen, jetzt mal nochmal zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Oh, jetzt machen wir weiter mit einer weiteren Nebenquest, die eigentlich schon für 23 von sich ist. Nein, wisst ihr was, wir haben so viele Nebenquests jetzt gemacht, ähm, machen wir heute mal eine Hauptquest. Ich will mal wieder eine Hauptquest machen. Und zwar allen Dingen, wir die Hyäner, wir sind auch noch Gidzee. Wir sollen nach Gidzee, das muss ich natürlich auch probieren, wie wir da jetzt so schnell auf die Stelle hinkommen. Ja, das ist ja ein Problem, weil es die Schnellreisepunkte nicht, ne, und so plötzlich geht es jetzt wieder, jetzt bin ich der Level 20er im Quest. Was ist denn das hier? Der Eiserne Widder, oh ja, warum nicht? Die Radion, ich könnte mal wieder mal, äh. So, wir machen es mal raus aus der Festung hier. Und reisen nach Gidzee. Ich würde jetzt eigentlich gar keine, würde eigentlich jetzt keine Filaki-Teil jagen, äh, Filakis, wie auch immer. Ist mir gar nicht egal. Wir reisen einmal nach Gidzee. Wir reisen einmal nach Gidzee. Das müssen wir jetzt erstmal machen. Die Hyäner. Das ist gar nicht, wie viel Haupt-Leben, was auch immer, Quests, wir eigentlich noch haben. Da ist schon ein bisschen was getan. Ja, die falle ich nur heute, aber allgemein so. Wir haben jetzt noch ein guter 1,1 Kilometer. Die Luft. Ja. Da ist es. Ahem. Was ist das hier für eine Nebenquest eigentlich? Stufe 18. Nein, aber ich möchte mal wieder eine Hauptmission machen. Ich möchte mal wieder eine Hauptmission machen. Wir haben jetzt lange keine Hauptmission mehr gemacht. Ich will jetzt so ein bisschen aufpassen, weil ich weiß nicht, wo der Typ umgeistert. Wo ist denn der überhaupt mittlerweile? So ein bisschen? So, keine Ahnung. Nein. Okay, der ist jetzt Gott sei Dank mal nicht so auf der Keine. Also gut, Vater. Wir sind gesehen auf jeden Fall jetzt mittlerweile. Wie gesagt, schauen wir mal, ob es heute der Hyäne noch an den Kragen geht oder ja nicht. Wenn ich die Hyäne finden will, muss ich mit Meret sprechen. Apollodorus Kontakt. Er ist Händler irgendwo auf dem Marktplatz. Wir sollen mit Apollodorus Kontakt auf dem Marktplatz sprechen. Dazu müssen wir auf dem Marktplatz gelangen, aber ich mache ja etwas einfach im Weg. Ich hoffe mal kurz hier oben rüber. Da ist er noch. Moin. Willkommen bei Merets Warenreisender. Nun, was denkst du? Schuld. Dann verschwinde. Ah, ich bin nicht fertig. Bist du blind? Mehr habe ich dir nicht zu zeigen. Aber du kannst mir etwas sagen. Über die Hyäne. Ah. Amüsant. Das ist zufällig das Teuerste, das ich anzubieten habe. Hm. Hm. Sehr amüsant. Lieferung nach Bezahlung. So. Äh, 100 Drachen. Wie viel haben wir da überhaupt noch auf dem Konto? Ach komm, wir müssen das eh machen, weil wir müssen das. Hast du genug, um ins Geschäft zu kommen? Natürlich. Ja. Deine absurde Gebühr. Was kannst du mir sagen? Nun Hyäne. Ist nicht ihr richtiger Name. Ja, wenn ich einen überreifen bin. Schon gut. Schon gut. Ein misslogener Versuch, lustig zu sein. Wo kann ich sie finden? Ihr Name ist Haliseth. Ein Gefallen. Ein paar Kunden haben nach einem Streit mein Pferd mitgenommen. Sie lagern in einem Steinbruch südlich von hier. Nimm meine Männer. Bring mir mein Pferd. Und ich sage dir, was du wissen willst. Es ist nicht schleierhaft, wie Apollodorus dich empfehlen konnte. Du holst es mir zurück. Wenn Apollodorus einen Dienst in Anspruch nehmen will. So. Na dann. Bist du ein Freund von Meret? Bist du ein Freund von Meret? Bist du ein Freund von Meret? Ja gut. Kommt ihr jetzt hier mit eigentlich oder wie sieht das aus? Ja. Ne, doch nicht. Ich finde bestimmt noch einen Weg kurz. Ich muss ja hier rüber. So. Es ist nicht schön. Ich habe das rausge文ter, das wirken euch in denindet. Du bist da. Das war eine Pferd. Und der ist gerade. Es ist eigentlich auch mal los, ich bin der Pferd. Und so ist noch nie. Ich bin der Pferd. Er war nicht. Dieser ist die Pferd. Du bist ja hierher am Pferden, ich bin der Pferd. Du bist mein Pferd. Ich bin der Pferd. ein Steinbruch da ist das Ding oder was zwei Gegner oder drei Kaufmann auf jeden Fall dabei so haben wir jetzt da wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung jetzt haben wir in den letzten beiden Folgen eigentlich die fest und klar gemacht einmal kurz aufgeräumt aber eigentlich haben wir jetzt so okay da ist er wieder gut jetzt muss ich vorsichtig sein ja klar wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen wir müssen jetzt ein bisschen taktischer wieder vorgehen will ich zumindest mal versuchen weil das Problem ist das hat nur einen Durchgang er hat einen Hauptmann und einen Kommandanten drin ich sehe nur gerade den einen davon das Pferdchen warte mal da sollen wir noch einen Hauptmann und einen Kommandanten haben aber ich sehe gerade nur den einen so boah also das ist eine kuppel von mir so das war schon mal die erste von den beiden das war der hauptmann da ist der zweite kollege so oder weiter aber in uns rein so so hat jetzt auch schon geschichte der typ ich kann ihn treffen so ich habe das ziel in sich so haben wir mit dem alles so ein schatz jetzt habe ich schon gesehen ich habe noch einen weiteren schatz das ist jetzt von mir kann mir mein freund so das muss mir jetzt wird sein leider hat er mir verschwiegen dass seine kunden banditen waren das war jetzt mit weniger der gedanke dahinter durch vor gleich ich wollte ich jetzt gleich noch es fehlt noch ein schatz das sind mich noch mal zurückgekehrt ich habe mich noch mal zurückgekehrt hauptsächlich oben steht noch zwei jahre ach komm ich weiß das drauf wo ist das fährt hauptsächlich oh tschüss ja meret hat für mir jetzt mehr verbringen zu mag ja ich kann sie immer kurz um die Leute weggehen ich muss nur mal ganz kurz hier durch ah ja ich muss hier durch so aber ich muss dich um noch etwas bitten ich habe genug also gut die Hyäne lebt in einer Höhle gleich hinter den Hügeln Tag und Nacht läuft sie durch die Wüste und sammelt Kieselglas die kostbaren Tränen der Götter was mit jenen passiert die sie dabei stören bleibt besser ungesagt wenn das noch eine weitere sinnlose Jagd ist treffen nicht nur meine Worte auf deine Ohren tausendfach versprochen ich habe keinen Grund dich zu täuschen stirb nicht da draußen haha so haben wir da auch was was wo ich jetzt mal kurz hin wie schnell ich da hinreisen kann mit oder hab ich schnell Reisepunkte wahrscheinlich nicht ne warum auch das ist mein Pferd man kann nicht stehen was schon gestohlen wurde mir recht ich will nur kurz ein Pferd ausleihen du kriegst es dann wieder wenn ich die Mission für dich habe so finde Kallisets verstecke den Hügel westlich der Pyramiden oh dann machen wir uns mal da auf da hin die Hyäne apropos Hyänen sind ja ganz viele Hyänen die Hyäne vielleicht hat das damit zu tun wo 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 müssen wir da auch hoch wahrscheinlich gib mir auf die zicke hat er aber es gibt immer war ja jetzt immer in ruhe oder oder dahin das hat jetzt aber die bitte nicht mal so was mit dem pferd zu tun was ich kann ich ja gar nicht das war zu füßen die marmolette zu füßen da ist er doch angeblich zumindest level 22 ist du das ist kein scherz oder kann ich jetzt kein mensch das wäre eine frau aber das ist nicht hier ist das die sehr wohl gucken ist das wirklich die frau ist das wirklich für jene ich muss ja auch weil die komplette Das ist also die Höhle der Hyäne. Aber keine Spur von Halicet. Meret hat nicht gelogen. Ich muss herausfinden, wo sie ist. Ich würde mich jetzt verarschen. Das war definitiv nur... So. Fortschritt bei der Untersuchung des Verstecks. Alles klar. So, da ist noch irgendwas, was ich auf jeden Fall untersuche. Machen wir doch! Schrei doch nicht so rum, wir. Okay. Wo sind sie? Sie bringt sie um! Ich weiß es! Sie... Sie... Ihre Hände... Oh Götter! Ihre Hände sind voller Blut! Frieden, mein Freund. Du bist frei. Ich kümmere mich um Halicet. So. Wo bringt Halicet die Gefangenen hin? Und warum? So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen was durchsuchen. Hier oben ist auch mal was durchsuchen. Warum sollte sie eines ihrer treuen Tiere einsperren? Ich muss jetzt ja das finden, weil ich keine Marke weiter wie ich suchen würde hier. Ich gehe aufs Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Sie ist noch nicht fertig. Dort werde ich sie finden. Ich gehe zu den Pyramiden. Und dann haben wir schon die Aufgabe. Wie gut ist wahrscheinlich ist es. So, jetzt muss ich gerade gucken. Wir müssen halt so da hin. Okay. Das müssen wir also durchziehen. Dann gehe ich mal da rüber. Mit so großen Sphinx. Weil der Weg ist kürzer dann. So. Ich bin mal so frei. Ach, geh mal. Ich stehe mal neben dem Wickel. Das war so in keiner Absicht. Aber gut. Ich muss aber hier außen rum. Deswegen war der Weg ein bisschen blöde. Aber gut. So. Erreiche die Cheops. Cheops? Pyramide. Wie auch immer mit ausgesprochen wird. Cheops? Cheops? Keine Ahnung. Cheops. Pyramide. Erreiche die Pyramide. Erreiche die Pyramide. Das ist natürlich eine der bekanntesten in Ägypten. Aber wie komme ich da? Na gut. Ich gehe einfach mal rüber zur Dings. Zu dem Reihe. Zu dem Punkt. Aber ich möchte gerne noch den Reisepunkt machen. Falls es irgendwas ist. Deswegen kletter ich mal kurz kurz irgendwo an die Spitze. Ich möchte dich hoch. Okay, kommst du dich hoch? Ja. Oh, das habe ich. Bestimmt verabreden, denke ich. Da geht es los. Sind da die Jähne davor? Klar, die Jähne. Alle sind wahrscheinlich ohne Grund. Süß die Jähne. 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 Jähne muss da drin sein. Ja, jetzt haben wir kurz die Viecher hier. Oh, das ist ein Meer. Ich dachte, das. so wie komme ich jetzt da darum du wer wagt es zu stören wo die stille sie ereilt hat ein medger der über viele dünnen lief um dich zu finden versteck dich nur hyäne doch dieses graf wird dich nicht schützen ich verlange dass du aufhörst kehre jetzt um dann verzeih ich dir die störung meines friedens sie war bei einer störung des friedens törichter mensch ich bin isis bewahrerin der magie hier leben die götter und nicht du was für ein spiel spielt sie hier runter schau mal hinfort osiris darf nicht gestört werden pfff es ist mir scheißegal wer du bist wo bin ich hier ein Grab unter einem Grab versteckst du dich hier hier okay was macht sie an diesem seltsamen Ort fortschritt mit dem besuchen schau mal es ist hier passiert ein dunkler Ort mit einem fenster zu noch warm und dieses rituelle messer das war eine opfergabe welch grausamer wahnsinn ist hier passiert ein dunkler Ort das frage ich mich auch meistens mit einem fenster zu den göttern was für ein ritual sie durchführen das frage ich mich auch gerade hm hm halis hat diese symbole gemalt ich wollte sie ihre bedeutung verstehen ich glaube ich weiß welche dunklen absichten halis hat hier verfolgt hat na halis hat ein ritual begangen zuerst rief sie osiris mit diesen opfergaben an sie hat die gefangenen mit einem messer geopfert und ihr blut hat sie für irgendein dunkles vorhaben aufgefangen sie hat versucht aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden sie musste in diesem Raum gefunden haben als sie die Symbole kannte hat sie sie hier hinein gerätzt und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet halis hat sie zu versuchen einen Toten wieder zu erwecken aber wer liegt hier unten begraben das ist eine gute Frage bestimmt irgendwer aus ihrer Familie so, irgendeine antike Tafel die wir jetzt finden müssen dann machen wir mal auf da das gute Stück ne ein Kind ihr Kind wahrscheinlich was ist das mit einer Ansage drei jen und die olle ist es nicht sie ruht nur vorübergehend du hast ihre Wiedererweckung gestört dann verbindest du dich mit dem Augen zerstört das Grab sprich meinen Namen nicht aus deine Lippen sind meines Namens unwürdig du der sie entehrt hat ich bin eine gute Mutter du bist mir nicht gewachsen du bist mir nicht gewachsen Wissensohn na geil tüte kann ich es jetzt wir sind jetzt im Grab geflohen natürlich ist die alle geflohen war ja not wirst du dich queren ja du bist nicht besser als all die anderen die vor dir kamen du bist du bist du bist du bist du bist ich begrabe dich im ganzen Namen ich begrabe dich im ganzen Namen ich geh aus verdammt komm her komm her da ist er doch ich hab doch nicht mal was gemacht ah ja Kalisett ach der wird 20 okay wir sind fast 23 wieso denn da hinten wo wo du versuchst das unmöglich dir gar nicht selbst keine Maschinger Geld kann unsere Kinder zurück bringen da ist sie da ist sie da ist sie da ist sie wenn du dich nicht erst mal verpissen würdest hätte ich schon schlecks auf die Fresse gehauen da ist die Olle da bist du da bist du jetzt habe ich dich aber da warst du doch relativ pipifaxe so schwer war die eigentlich jetzt auch nicht muss ich sagen es war nur zäh aber sie waren nicht schwer gut wir sind zwei Level drüber muss ich zugeben wandle ich nun unter den Toten ein gerechtes du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen alles aus reiner selbst so nein das Kieselglas sammelte ich für sie sie es erweckt den magischen Stein derer die vor uns kamen du hast ihn gesehen oder nur die Sprache musst du noch gelernt werden er ist nicht für uns bestimmt das macht nun keinen Unterschied mehr ich wollte meine Tochter beschützen im Leben und im Tod ich habe versagt was Osiris führ uns wieder zusammen sie ist allein im Gefilde der Binsen muss ich auf ewig in der Duat verbleiben ich will nur meine Tochter zurück bitte klar das frisst du heute so und damit haben wir die Hyäne komm mal Möge deine Tochter im Jenseits finden Möge der Fürst der Duat dich leiten wir sind im Level 23 mittlerweile ich will das wahrscheinlich kein ich will sich jetzt versuchen das Grab ihrer Tochter zu füllen sie wieder zuzulegen aber wir kommen da eh nicht glaube ich so weit ran tschüss tschüss so 3 Level drüber als 4 3 Level drüber als 4 oh alter die Viecher 2 Level 6 ja frisst fresh alles gut und die Viecher auch Katze naja egal gut ich bin dann mal raus heute ich mach mich mal hier weg und äh äh die nächste Nebenquest haben wir noch was haben wir noch ein Hauptquest die Maske der Echse und äh die das Schuppen des Kugel die Zünder haben wir glaube ich alle oder? Kugel die und Echse ja genau dann haben wir dann auch 2 W 2 neue gut ich bin nochmal raus für heute wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Let's Play Assassin's Creed Origins und wir machen dann definitiv auch weiter bis dahin tschüss mit